Ruhe finden. Im Herzen eines Waldes. Bäume verbinden Himmel und Erde. Angelegt zu Füßen teilweise sehr alter Baumbestände, bieten Ruheforste eine wirkliche Alternative zu herkömmlichen Bestattungsarten. Ein Ruheforst ist ein besonderer Friedhof. Ein Ruheforst nimmt den Menschen in die Natur auf. Sie bieten abseits der Betriebsamkeit des Alltags individuelle Orte der Begegnung der Lebenden mit ihren Erinnerungen. Die Ruheforste in Niedersachsen entstanden in besonders ausgewählten Waldgebieten, in denen sich die Natur nahezu ungestört weiterentwickeln kann. Jeder Ruheforst besteht aus mehreren Ruhebiotopen, in denen Einzelpersonen, Paare oder ganze Familien ihren letzten Platz finden. Jedes Ruhebiotop ist einzigartig und kann gezielt ausgewählt werden, um ein wirklicher Ort des Gedenkens an einen Verstorbenen zu sein. Den Hinterbliebenen und ihren Gedanken bietet er Raum und Zeit in einem ganz besonderen Umfeld. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020